Als Wächter kannst du sehen, was mir verborgen bleibt. Also ist sie jetzt keine Wächterin? Oder aber dein Verstand formt die von mir projizierten Gedanken zu einer neuen Bedeutung? Dieser Pittel birgt Wahrheit in sich, aber das ist nicht alles, was ich bin. Warum trauerst du dann? Du musst es gefühlt haben, es gesehen haben. Es hat so viele Namen vor dem Widerschmerz, den er erzeugt hat. Als die Frau, als die Worte Form annehmen, scheint sie aus ihr heraus zu strömen und die Welt, die in deinem Verstand drängt, ist massiv. Zu deiner Überraschung fühlst du sich so, als seist du wieder vom Biawak berührt worden und dahinter befinden sich die Gedanken der trauenden Mutter, die wie ein Messer durch die Strömung schneiden. Über den Bauch der Welt zieht sich eine Wunde, ein gezacktes Messer, hat die Stängel der Männer abgestreift und Furchen über die Leiber der Frauen geschnittelt. Klingt makaber. Ich habe viel vergessen, aber ich kann die Wunden überall um mich herum spüren. Sie wird mir keine Rasten, keinen Frieden gönnen. Die Kinder sind verstummt und doch können ihre Stimmen wieder Gehör finden. Du sprichst von den Hohlgeburten. Das Wort. Es kommt zu einer Langsamkeit der Gedanken, als ob das Wort abgewogen akzeptiert werden würde. Du sprichst, dass es sich für sie unnatürlich anfühlt. Und war mir jetzt unbekannt, wie so viel ist, dass ich in die Außenwelt erfaltete. Da ist jetzt das Anführungszeichen falsch gesetzt. Als der Fluchhypots kam, hielt ich ihn für eine kleinere Sache, ein Ding der Gemeinden und Feuerstellen. Ihr Gedankenschein zu tauben, da stünden sie auf wackelndem Bein. Aber erst als ich ging, spürte ich, wie sie sich um mich herum dehnte. In allen Spalten der Welt. Kinder sind verflucht worden. Ich glaube nicht, dass es etwas war, das sie verursacht oder verdient hatten. Das, was von ihnen ist, wurde herausgerissen. Ich weiß nicht wie, aber diese Wunde muss genäht werden. Die Welt blutet durch die Beine einer Frau weiter. Wird diese Blutung nicht gestillt, stirbt die Welt und kommt zum Schweigen. Kennst du die Ursache? Es gibt da eine Art von Verzweiflung, eine auffallende Angst. Du kannst ihre Gedanken fast zittern spüren. Und du begreifst, dass sie bei dieser Angelegenheit genauso hilflos ist wie du. Und eine plötzliche scharfe Klarheit. Ich werde das verfahren durch dich. Das haben wir ja schon. Deine Augen werden die Sache verfolgen, dem Pfad finden und ich werde neben dir sein. Es gibt keine Wunde, die nicht geheilt werden könnte. Und wenn du wirklich ein Wächter bist, dann sollte diese Wunde als erkannt werden, was sie ist. Du saßt mich in meinem Versteck und die Hände, die die Welt beruhigt, auch sie wirst du sehen. Und was ist, wenn es keine Heilung gibt? Ich werde da sein und du wirst tun, was getan werden muss. Du bekommst deine Sehkraft, um die Welt zu beobachten und sie zu hüten. Die Kinder werden ihre Stimme zurückbekommen. Wenn dein Wille schwach ist, werde ich ihn stärken. Also ich weiß nicht, ob wir die Hohlgeburten noch retten können, aber wir können auf jeden Fall die zukünftigen Geburten retten, indem wir den blärenden Schlüssel endlich aufhalten. Stütze dich auf mich. Du spürst ein Gewicht in ihren Worten, als ob ihre Hände auf deinen Schultern liegen. Du spürst, wie die Fragen in deinem Verstand ihre Schärfe verlieren und zu bloßen Worten werden, so wie ich mich auf dich stützen werde. Du wirst meine Augen sein, ich werde, ich, wenn die Zeit kommt, werde ich deine Hände sein. Was hältst du vom Dürrwald und dem Reich? Diese Tiere sind Markierungen auf einer Karte und sie bündeln den Verstand der Leute in gewaltsame Richtungen. Wie poetisch. Solche Dinge sind eine zerschlissene Decke, die über die Welt geworfen wurde, wo Männer und Frauen nach mehr Bedeutung als einfaches Wesen streben. Wie siehst du die Welt dann? Die Welt ist ein Seelenfeld, das von Beratsrat bestellt wird. Der Gedanke an Kulturen und Territorien betrifft mich nicht, das Seelen und die Ernte des Feldes dagegen schon. Beratsrat ist langsamer geworden und ich lecker zum Stillstand gekommen. Welche Worte, Titel, Gesetz und Ding? Auch immer nicht dem Wegschneiden der Verletzung oder dem Heilen der Wunde gewidmet wurde, bedeutet mir kaum etwas. Okay, lass uns unsere Reise fortsetzen. Habe ich irgendwas zu ihr jetzt erfahren? Also gut. Ich traufe auf eine merkwürdige Frau, die ich nur als die trauende Mutter kenne. Sie ist ein mächtiges Medium, das sich vor den Augen anderer verschleiert, obwohl wir durch unser beider Verstand eine starke Verbindung haben, weiß ich kaum etwas über sie, geschweige denn, woher sie kommt. Als ich die trauende Mutter zum ersten Mal unterwegs traf, erfuhr ich in einem Traum, oder war es eine Erinnerung, an die Geburt eines Kindes. Äh, ja, wie auch immer. Vielleicht kann mir die trauende Mutter ja selbst erklären, was ich gesehen habe. Sie begriff nicht, dass ich in ihrem Verstand hineingesehen hatte und was genau diese Vision war, wusste sie auch nicht. Wer hier helfen kann, sich an die einzelnen Teile zu erinnern, kann sie mir vielleicht mehr darüber erzählen. In der Erinnerung kam ein als Geburtsglocke bekannter Ort vor. Für die tausende Mütter war es eindeutig von großer Bedeutung. Für die trauernde Mütter. Vielleicht kannst du mir erzählen, was dort geschehen ist und warum es so wichtig ist. Die trauernde Mutter war eine Hebamme bei der Geburtsglocke und sie deutete die Sehenden geborener Kinder. Sie gab aber zu, dass die solche Deutung oft frei erfunden war und darauf basierten, was die werdende Mutter hören wollte. Sie beachte wirklich, dass sie diesen Frauen, ihren Kindern damit einen Gefallen tat, war aber nicht mehr bereit, jetzt weiter über die Angelegenheit zu sprechen. Vielleicht wird sie sich mit ihrem weiteren Verlauf unserer Reise noch mehr offenbaren. Was sagt das Tagebuch? Biografie. Ich werde aufwarten, dass die meisten Stadtwirte verschlossen waren. Das hatten wir schon alles. Gut. Dann muss die trauernde Mutter leider jetzt wieder raus. Ich werde aufwarten, dass die Städte deiner Kraft warten. So, und wir nehmen uns Saganhi wieder auf. Ready, Watcher. Verschieben die vor... Arnov? Stimmt unsere Gruppe? Ja, die stimmt. Stimmt sie jetzt immer noch? Naja, jetzt ist sie richtig, so. Weil sie sollte außen stehen, auch wenn sie weniger Lebenspunkte hat als Dorents. Und warum sind Anoffs-Lebenspunkte so klein eigentlich? Na gut, wir geben jetzt das Kopfgeld ab und dann geht es endlich zu den Zwingen. So, ich habe jetzt schon wieder einen Haufen Zeit mit der Mutter vergoldet. Aber wenigstens haben wir jetzt sehr viel erfahren können. Jetzt fehlt eigentlich nur noch unser Droide. Aber das werde ich wahrscheinlich dann beim nächsten Mal machen. Äh, ich bringe den Kopf. Ein ekliger Trollkopf wäre eigentlich ein kleiner Eichenbiss. Ich sage ihm, dass es erledigt ist. Hier ist dein Kopfgeld. Im Moment nicht lebwohl. Dorents, Sagani, Level Up. Machen wir es bei Sagani. Ähm, machen wir die Athletik oder Überleben. Verbrauchsgegenstand, Überleben. Machen wir Athletik, Hör so. Betäubende Schüsse. Nutzt den Vorteil Feindes während dieser vom tierischen Gefährten. Wenn im Weitere von einem Treffer oder kritischer. Geschwindigkeit, Unterbrechung, Gefekte, Ziel betäubt, ist passiv. Ruft es meist das, ruft den tierischen Gefährten des Weitläufer aus der Seite. Ne, das war Pfeilsinn. Der Weitläufer kann seine Fernkampfwaffe im Nahkampf nutzen. Wodurch ein Bonus auf Genauigkeit von Fernkampfwaffen gegen einen vom Weitläufer im Nahkampf angegriffenes Ziel erhält. Und sichergestellt wird, dass dieser kritische Treffer eine Reaktion hervorruft, die hügliche Kampfhandlung auflöst. Abwehr vom Fernkampfangriffen. Blindende Wurzeln, Vorbereitung, Verteidigungsbündnis. Schnelle Zielerfassung. Ne, ich mach mal betäubende Schüsse. Klingt am besten. Und Durens müsste jetzt auch wieder was Neues kriegen. Erstmal mache ich seine Athletik jetzt was hören. Ah, er kriegt nur reinigende Flamme. Wirft ein Feuer auf den Feind, okay. Krönung für die Gläubigen. Begrenzt Verbündete im Ruhm des Gottes des Priesters, wodurch alle Verbündeten im Wirkungsbereich einen Bonus. Ja, das ist nicht schlecht. Er bittet die Hilfe des Gottes. Wodurch die Ausdauer wiederhergestellt wird und die dauerabträgliche Effekte. Gebet gegen Hinterlist. Wodurch dieser einen Bonus auf Bezauberung und Dominieren erhalten. Ah, das ist gut. Gebet gegen Hinterlist. Er zutzt einen mächtigen Eifer im Allverbündeten. Das ist cool, okay. Zauber der Stufe 1 können jetzt pro Begegnung eingesetzt, äh, Stufe 2 können jetzt pro Begegnung eingesetzt werden. Sehr schön. Dann rasten wir jetzt mal, diesmal für, nicht Entschlossenheit, sondern das was Ausdauer gibt. Verfassung, genau. Ich glaube, drei Punkte mehr aushalten ist besser als zwei Punkte, drei Punkte mehr macht. Also ja, das hier erhöht den Schaden um 30% gerade mal. Macht. Aber, ähm, Verfassung, genau. Das erhöht die Ausdauer viel stärker. Ich meine, ich habe 10 Punkte und kriege nur 30% mehr in Verfassung. Ja, ich mach mal für Verfassung. Also jetzt haben wir 35% mehr, 25% mehr Ausdauer und Gesundheit. Und 30% mehr Schaden. Jetzt raste ich mal für, äh, Verfassung. Und da gucken wir mal. Plus 2 Athletik, plus 3 Verfassung, Entschlossenheit, Gewandtheit, Intelligenz, Heimlichkeit, Wissen, Wahrnehmung, Macht, Überleben. Also Waldlandpfade, rasten. Und jetzt fehlen drei Punkte, sie und neun, äh, neuen Schaden, Prozent Schaden. Dafür haben wir aber 40% Ausdauer. 15 prozent mehr für drei punkte was verdammt vieles wenn man sich das war sieht jetzt sind wir nämlich über 200 die meisten das ist cool also es kann durenz sein abstoßendes siegel öfter machen sehr schön das freut mich ja fast schon so aber jetzt geht's in die zwillings ulm zurück also erst mal nach herglied und helder sind dürften wir auch bald so sei das war ist wieder von seiner escorte zurück ist das wien dann nach altglied mitnehmen können ja ich werde mich jetzt auf die hauptquest konzentrieren aber wir werden uns hier altglied und das andere gebiet noch genauer ansehen dort mit allen leuten reden und so zahltag ist okay nichts neues zu berichten du bist jetzt noch einen tag unterwegs fast okay so jetzt wollen wir uns erstmal kurz um den händler kümmern das ist ja eine aufgabe nur harte verhandlungen genau reden wir erstmal mit dem kaufmann noch mal ich habe wieder verklickt ich wollte die taste die muss von einem eindringling erfahren ich versichere dir sie haben den mann in tier evron einbrechen sehen ein orleaner der die in dicke fälle gehüllt ist scheint ins gespräch vertieft zu sein er verschränkt die hände ineinander das gesagte zu untersprechen ich spreche die wahrheit er besaß seltsame kräfte sagen sie eine elfe nimmt ihre augen vor ihrem petzing bepleite und liegt in der richtung noch ein fremder sah er so aus der orleaner dreht sich zu ihr was ist es tramor erzählt mir von dem mann von die widerspricht ein seltsamer mann ein fremder erbrach in tier evron ein den turm unter den riesigen ulmen es haben wir dürfen nicht um über dem boden von umkampf wandeln warum durfte er passieren er blieb unentdeckt er besitzt eine seltsame macht wie wir jetzt wissen was ist tier evron die evron steht seit der zeit der power und er wird noch lange nach uns stehen ja der turm steht stabil und die götter leben in seinem herrlichen mauern noch ein turm mit so einer partikel kanone es ist kein ort für unreine sehen oder fremde du sagst die götter würden in tier evron leben wie ist das möglich die geheimnisse und sagen nichts sind nicht 50 fremde bestimmt in zwilling soll mit den tempeln der erbauer halten die götter mit uns zwiesprache sei damit zufrieden dass diese sei damit zufrieden diese wahrheit zu kennen ok finde es ja cool dass wir das mitgekriegt haben weil der junge da spackt jetzt nicht mehr kind warum trägst du so komische kleidung also kinder von der sorte also irgendwie tarianische kinder klar phantanische oder so wo ist der da ist renato